Hey, liebe Tiegler, willkommen zu der zweiten Ausgabe von Your Weekly Dose of Crossfit. Ich habe gemerkt, ich habe das letzte Mal ein bisschen zu viel geredet. Ich werde mich ein bisschen zurückhalten heute und euch die wichtigsten Sachen der Woche einmal geben. Heute bei mir auch. Ich mache euch ein Post-Murv-Video. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an dem Wochenende Samstag in meinem Sonntag in Heidelberg. Ich hoffe, ihr spürt euren Körper gut. Und genau da kommen wir auch schon zum ersten Punkt. Hm, soll ich am Montag trainieren kommen? Hm, ja. Hm, da machen wir Beine. Aber genau das ist etwas Gutes. Wir konzentrieren uns auf nicht ein verrücktes Workout, sondern auf Weighted Step-Ups. Unilaterale Bewegungen, Kraft in beiden Beinen gleichzeitig stärken, Disbalancen ausgleichen. Super anpassbar auf das, wie euer Körper sich morgen anfühlt. Und wenn er sich so fühlt, als wäre es ein bisschen steib oder es tut ein bisschen weh, ist es trotzdem ganz gut, wieder den Fluss reinzubekommen, sich zu bewegen. Das tut dem Körper viel mehr und viel besser, als wenn ihr ihn einfach auf der Couch die Füße hochlegt oder nach 20 Minuten sitzen einfach alles weh tut. Kommt vorbei. Wir passen den Tag morgen an. Extra deswegen Weighted Step-Ups. Dienstag, erstes Highlight für mich, ähm, Jackie. Wunderbares Workout. Ähm, ja, wir machen auch hier wieder Squats, aber es ist ein kurzer, schneller Sprint. Ganz andere Belastung. Und jetzt kommt es drauf an, Jackie richtig zu machen. Äh, es gibt zwei Varianten. Jackie als Girl, so wie es da steht, sind 1000 Meter Row, 50 Thruster mit der leeren Stange und 30 Pull-Ups. Das sollte aber, Achtung, fast alles unbroken funktionieren. So weit ihr kommt. Äh, das heißt, die Pull-Ups nicht auf 2er aufteilen, die Thruster nicht alle 10 weglegen. Ähm, klingt leicht mit leerer Stange, wird fies nach dem Rudern. Es gibt die Alternative, 1 Kilometer Rudern, 35 Thruster und 30 Ring Rolls. Also wählt die richtige Variante. Die Stunde ist sehr vollgepackt mit tollen Übungen. Das Workout selbst ist ein Sprint. Mittwoch, ähm, wunderschönes 20 Minuten M-Rap. Ihr seht schon wieder so viele coole Sachen in dieser Woche mit drin, mit unterschiedlichen Längen, die Dauer, wie euer Körper belastet wird. Es ist eine sehr coole Woche insgesamt, kann ich euch sagen. Wie gesagt, der Mittwoch. 15 Back Squats, 12 Burpees, 9 Shoulder to Overhead mit der Kettlebell pro Arm. Also 9 rechts, 9 links. Und jetzt seht ihr in der RX-Variante, 40 Kilo, äh, 25 Kilo für die Back Squats. Das bedeutet eigentlich, die müssen ziemlich unbroken funktionieren. Wenn ihr jetzt sagt, ich kann 40 oder 25 bewegen, aber halt so 5, 6 Mal oder 7 Mal in der ersten Runde, dann vielleicht nur noch 5 Mal. Versucht ein Gewicht zu wählen, wo ihr lange, lange, lange diese 15 Squats unbroken machen könnt. Okay? Das ist die Vorgabe für den Mittwoch. Der Donnerstag, klassisches, richtig cooles Training. 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4 Minuten Style. Shuttle Runs, Power Snatches mit der Dumbell, Lateral Barbell Jump Overs, Deadlifts und wieder zurück. Viel Bewegung, auch hier die Gewichte niedrig halten, Zeit ausnutzen, Bewegung perfektionieren, unter Belastung. Darum geht der Donnerstag. Der Freitag ist ein bisschen schulterlastiger mit Walvo's Overhead Squats in Kombination. Ziel sollte es hier sein, die richtige Squat-Variante zu wählen, denn die Overhead Squat ist eine wunderbare, eine der besten Ganzkörperübungen, sofern der Körper schmerzfrei und beweglich ist. Ist ja das nicht so ganz und da hört es selbst in euren Körper mit rein, ist die Front Squat hier vielleicht die bessere Variante, um den Trainingsreiz zu bekommen. Das Gewicht sollte relativ schwer sein, das ist relativ schwer gewählt. Aus dem Grund, wenn ein Zwicken in der Schulter oder im Rücken vorliegt, Alternative suchen. Hier steht Overhead Squat, weil das der Grundreit sein sollte. Die Front Squat tut ihr absolut Bestes dafür, das auch zu nutzen, wenn es die richtige Variante für den Tag sein sollte. Dann kommen wir zum IWT Samstag und einer kleinen Änderung. Es gibt eine Zusatzminute im ersten Part. Schaut es euch einmal mit mir an. Drei Hang Squat Cleans, mittleres Gewicht. Ist aus dem Hang in die Hocke. Eine Minute Rest und dann ein Max Set Power Cleans. So viele wie es geht, ohne loszulassen. Touch and go. Das heißt, das Gewicht sollte so gewählt sein. Es ist das gleiche wie bei den drei Hang Squat Cleans, dass ihr aber 10 bis 12 Wiederholungen im Max Set jede Runde mindestens hinbekommt. Das sollte euch ein bisschen die Luft nämlich nehmen. Eine Minute Rest für drei Runden, drei Minuten Pause und dann zum normalen IWT hier auch mal rumgedreht. 400 Meter Row und dann in ein Max Set Toast-to-Bar oder Knee Races. Das heißt, schaut hier, dass ihr viel, viel Volumen reinbekommt. Ein Rest, drei Runden, drei Minuten Pause und im finalen M-Rep. 200 Meter Run und dann in Heidelberg, wenn es sofern es nicht regnet, zwei Tire Flips, die ihr alleine oder gemeinsam machen könnt. Wir gehen die Technik einmal durch, super Variante. Wir haben den kleinen Reifen, wenn ihr es alleine machen wollt, den großen Reifen, wenn es funktioniert oder eben zu zweit. Und für die Mannheimer, wenn keine Reifen da sind oder in Heidelberg es nicht anders funktioniert, auf das Squat Clean Gewicht etwas zusätzlich aufpacken und zwei Heavy Squat Cleans hier zum Finish einmal mit reinmachen. Sonntag, Sunday Fun Day, vorbeikommen, Spaß haben, cooles Workout machen. 5x60 oder 5x40 gibt auch noch die Alternative ein bisschen bei den Bike- und Row-Geschichten ein bisschen runterzufahren. Anstatt Bike kann man auch Run machen. Wählt hier etwas, was euch gut tut und Spaß macht an der Stelle. Mit Box-Jomps danach, Cattleball-Swings und Ring-Push-Ups oder Push-Ups erhöht auf Reifen oder Box haben wir schöne Varianten, die wir umsetzen können. Alles in allem eine Traumwoche, um viel Spaß zu haben, Fitness zu bekommen, Community zu erleben. Wir freuen uns auf euch, kommt vorbei und nutzt aus, die Dinge in der richtigen Variante zu machen. Montag, unilateral, Gewicht anpassen, je nachdem wie Murph war. Sehr, sehr guter Trainingseffekt. Dienstag, Jackie, krasser, richtig cooles Sprint-Workout, um sich mal kennenzulernen unter maximaler Höchstbelastung auf kurzer Zeit. Mittwoch, eine mittlere Zeit, M-Rep 20 Minuten mit mittleren Gewichten, wirklich zum Durcharbeiten. Der Donnerstag, ein klassisches Training, 4-3-2-1-2-3-4-Minuten-Style. Am Freitag, High-Skill-Overhead-Squat, kann man schon so sagen oder ganz bewusst ist, in den Front-Squat umzupacken. Und IBT Samstag, immer mega cool mit schönen Übungen und der Sunday Funday mit einmal Bike, Jumps, Swing, Push-Up, Row oder Run. Und das wird eine richtig coole Woche. Ich freue mich auf euch, weil ich freue mich, wenn wir ganz, ganz viele Gesichter auch wieder sehen, ein bisschen Vitamin D sammeln. Und lest euch die Newsletter, die noch kommen durch mit den Erneuerungen für die Woche. Da kommen nur gute Sachen auf euch zu. Absoluten